herzlich willkommen zur letzten folge von battlefield 4 auch wieder rush da es ja ganz wenig server gibt die noch was spielen bin ich umso erfreut dass wir lupini garten in rush spielen können was irgendwie komisch ist weil lupini garten allgemein eine kleine map ist eigentlich aber mal gucken wie es funktioniert ich hoffe die runde ist nicht gleich ob du da schon mal nein das war nichts mit dem hotel wir spielen als versorger und starten unseren buddies oh wir sind sogar attackers das ist gut muss man ganz kurz meine nase kratzen so meine frau ist auch da genauso wie in der letzten cod folge taschenlampe mache ich mal aus nervt ein bisschen so wir gehen mal zu a b ja ich weiß aber ist mir egal ich glaube aber b ist gerade schon scharf gemacht ja dann sollte man eigentlich zu a aber kann ja sein dass es noch entschärfen von daher gehen wir mal dahin ab ist gleich hier okay nee ich glaube b ist safe ja okay hilfe nur aber jawohl gut dann gehen wir zu a was was wo von wo da oben was schnell weg schnell weg schnell weg auch ein buddy ist hier hier munition falls ihr wollt aber gut dann halt nicht schon wieder eine käfe was denn hier ups ja ja blablabla was denn hier los ey ist ja gar nicht ja ich habe da gerade geguckt ob es geht sorry ist mir wichtiger als es einmal zu sterben so ich nehme mal ein booster nehmen wir mal 50 prozent booster weil ich glaube die runde wird jetzt nicht so gut dass ich jetzt ein 200 prozent boosten nehmen soll ist doch gar nicht hier stirbt er oh der hat dieselbe idee er hat dieselbe idee ja ich habe einen gekillt mit der splitter das habe ich noch nie geschafft immer nur mit der me naja ich habe noch sogar mit headshot ach ich glaube ich spiele mal kein versorger weil wir haben versorger im squad dann nehme ich glaube ich mal den medic glaube ich mal gucken was wir alles so ein team haben wir haben ein medic okay und ein versorger dann spiele ich auf ich will aber kein aufklärer spielen ja komm ich spiele mit der mta 21 geht es voran ey nicht messern kumpel ah der hat den gerade gemessert ich habe den noch gerettet komm schon komm nein 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 jawohl 100 prozent ladung das muss sein oh a ist ähm da weißt du noch wie ich das fast geschafft habe einen damit zu kriegen echt hast du fast weiß ich schon gar nicht mehr ja das ich hätte aufgeladen müssen zu dem hin weil ich könnte gerade nichts mehr anderes hm ne das weiß ich echt nicht mehr so wir warten mal jawoll jetzt müssen sie oh squad squad ist mal da wenn du brauchst hilfe ah der war zu weit weg da ist einer ich habe ihn auf der karte gesehen wie 99 oh warte hier ah von wo kommen die denn die müssen doch jetzt eigentlich weil wir jetzt beide einsätze kaputt gemacht haben müssen die jetzt den zweiten teil der map freischalten hab dich gesehen kumpel oh dich messer ich nein nicht von vorne nicht von vorne oh ein glück habe ich nicht von vorne gemessert das wäre scheiß gewesen scheiß ne wenn er wenn ich von vorne messer kann da konnte er mir das messer in den hals stecken dann deswegen ist vorne messern ganz kacke ah jetzt ist der zweite teil der map offen siehste da jetzt geht es hier weiter im garten ich versuche mal hier so ein bisschen außen rum so what the ich bin medic das ist gut nein bleib mal hier letzter überlebender spawn das ist gut komm spawnt bei mir jawoll ha alle haben sie bei mir gespawnt nein 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 falsch 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 ich dachte gerade bewegt sich schon wieder aber der auch nein ich wollte ihn noch ach aber es macht eh keinen sinn leute wieder zu beleben wenn da noch gegner sind das ist einfach nur ticket verschwendung also leben so heißen die hier die tickets ha die haben sich ganz schön gut ok letzter spawn jawoll das ist wirklich eines der sachen die mir bei cod fehlen wenn man äh genau wenn man ähm keine ahnung aber ok gut da gibt es keine großen maps aber so ein squad ding halt dass man ein team hat wo man dann spawnen kann der ist tot ok ey komm bleib bei mir ich hab auch heilung hallo warum seid warum sind die Leute so egoistisch weißt du wenn mir einen ein health pack gibt und ich bin eigentlich ein medic dann nehme ich seins damit er punkte bekommt ich bin so sozial aber die machen das irgendwie gar nicht weißt du was ist mir doch egal dann lass ich jetzt schnell hier hast du und jetzt nimm was rennst du denn ohne leben los bist du behindert ok b ist scharf oh da kommt einer nein weh du entschärfst du arschloch nein bitte bitte nicht bitte nicht der lebt doch nicht mehr oder jawoll ach früher hab ich immer die bomben gelegt da war ich immer gut ja bei lupini garten hab ich noch nie auf rush gespielt weil es halt kein mensch mehr spielt leider ich find's gut dass es mal wieder ein paar leute gibt die das spielen ist echt ein ist echt ein ist echt ein ja ja aber den modus rush den gab es halt schon immer nur spielt den halt fast keiner mehr hm nein rush ist ein modus nein 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 äh es gibt ja das was du vorhin in der liste gesehen hast waren alles modi maul ähm aber es gibt auch ich glaub 26 maps oder so da 27 vielleicht noch 30 ich weiß es nicht mehr es gibt auf jeden fall ne menge maps und dafür was man geboten kriegt an mapgröße ist das ah der guck mal der geht zu mein heil ding der ist vorbildlich der will sich heilen und nicht gleich drauf gehen oh den hab ich nicht gesehen durch dieses scheiß reanimationssymbol naaa kacke ja mal gucken wie lange die runde geht dann vielleicht gibt's ja dann noch ne rush folge aber ich glaube dass sie wird die einzige sein weil die wirklich von anfang an gespielt wurde ja bombe scharf das ist gut wir haben nämlich noch 46 tickets wenn wir die jetzt ja als wenn wir irgendwie keiner schwarz fahren oder so beim schießen was weiß ich auch ein komischer name ich weiß auch nicht warum man sich da wir jetzt hier einen anschärfen ja hat er nicht geschafft moment das war das gar nicht das war das gar nicht fick dich das ist meine ha ich hab ein karabiner ribbon nein ja hab ich gut verteidigt meine erste große tat in dieser runde und jetzt erstmal noch heilen das war schön das war gut hab ich uns echt nur den arsch gerettet ja und jetzt nochmal zur erklärung für dich wenn man nämlich hier die zwei basen zerstört danke war ein bisschen unfair aber okay dann kriegt man die tickets wieder zurück und man kann von neuen ich nehme eine andere waffe die ämter ist mir ein bisschen zu ungenau sehr viele kerne war hm 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 welche nehme ich denn jetzt mal nein ich würde ein sturmgewehr ich wäre jetzt kein transporter ich würde ein sturmgewehr danke wir nehmen ja die an 94 die habe ich noch nie in black ops genau die habe ich noch nie in battlefield so wirklich gespielt außer in black ops 2 aber das sind ja auch andere spiele die auch immer den rauch hier gerade gemacht hat das ist ein guter mann kann ich hier rein? ja ne leider nicht sieht man doch da bisschen ah was ist denn jetzt passiert? mit der Gabel hm ach du und deine lippe also sie hat echt keine freunde mehr ja der kriegt jetzt einen alle sitze tot außer der da hinten oh 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 ich habe nichts gesagt ja nimm heilung mein freund hunderter zack es gibt leider viele spieler die den weiß ich nicht ich mache das eigentlich immer ähm es gibt viele spieler die leider den medic ganz falsch spielen die reanimieren einfach jeden und zwar ganz schnell so dass sie am besten nur 10 lebenspunkte haben und das war's aber ich mach das nicht oh den da hinten so ne den da hinten mache ich mal nicht das ist zu gefährlich glaube ich oder? ich probier's mal oh der war fast drauf gegangen na guck mal der lebt sogar noch mehr als ich da ist mir grad dove mhmhmmhm hh ich muss noch ich muss unten lang gehen oben ist einfach alles zu ok spawn wir hier gebt dem noch ein healthpack und geh dann mal unten ah guck mal der ist альный esmerarios der macht genau das selbe wie ich jetzt oder? infinity neo dick dann nach okay wenn nicht das schon alles leer gewesen ist Aber ist auch nicht so witzig. Ich hab jetzt eh keinen Hunger. Sie wollten mich gerade ein Stück Melone in den Mund schieben. Sie ist so süß. Du mit deiner Scheiß... Bulldog! Ja, das habt ihr nicht ge... Rechnet. Scheiße, Mann! Der ist auch auf einmal Medic. Ja, ich belebe mal meine Kumpel wieder. Ich kann ja keinen Versorger oder ein scheiß Pionier sein. Nee, ich muss ein Medic sein. Und tschüss. Naja, die haben Raketenwerfer, die Pioniere. Andere anderen Klassen haben es nicht. What? Nee, das gibt's nicht. Sechs ficken Lebenspunkte, Mann. Ach, Mann, komm schon. Der war doch bei B. Oh, Gott, ey. Sie ist jetzt schon gar nicht verlieren. Ja, kann man. Oh, jetzt bin ich auch noch... Oh, jetzt bin ich nicht mal beim Squad gespawnt. Wir haben 50 Tickets und nicht mal ein Ziel kaputt gemacht. Das ist scheiße. B ist nicht mal so schwer bewacht. Es ist A. Also... Okay. Läuft noch alles super. Also, es lag vorhin wirklich an dem Neustart, wie ich gesagt habe. Das ist gut. Nee, nee. Das war nur ein Sniper-Schuss von oben. Wir sind so laut. Der ist nicht gescheit-dämpft, deswegen. Jetzt werde ich angeschossen. Ist mir egal. Und was? Ey, kann... Ja! Ist klar! Was seid denn ihr für Eckenkinder? Guck mal, JBF. Wahrscheinlich Justin Bieber Friends. Wahrscheinlich habe ich sogar damit recht. Beide... Es ist kein Campen, es ist Bewachen. Aber für mich ist es Campen, weil die beide in Ecken sind. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hier ist einer. Den lasse ich mal in Ruhe. Oh, ich bin Justin Bieber Friend. Ich stehe schon von Weitem. Ich bin ein Believer-Liever. Ja. Bist du auch, du Arsch. Ein Believer-Dragon. Ja, Believer-Dragon. Da lebt er doch! Weißt du was? Nee, ey! Ich lasse mich doch nicht von Justin Bieber's killen. Ey, wenn das wirklich Mädchen sind, dann Respekt. Dann sind die echt gut. Aber falls es Jungs sind, sind es einfach nur Gays. So. Ich habe nichts gegen Schwule. Aber gegen Schwule... Soldaten habe ich was. Die Fotzen, ey. Ich habe noch nie... Ich kenne wirklich keinen Schwulen. Ich kenne allgemein keinen Schwulen. Jetzt im Freundeskreis mäßig. Der... Der zockt. So. Also ich kann es mir richtig witzig vorstellen, wenn Schwule zocken. Jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach im knuffigen. Im knuffigen Sinne. Ja. Irgendwie so. So, heil dich mal, du Schlampe. So. Der lebt ja... Ach so. Okay. Ich wusste nicht, dass da oben eine Lücke ist. Ich wollte mich gerade wieder aufregen. Ist ja ein Glück kein Believer, ne? Ist ja ein Glück nur ein Booster. Ja, stimmt. Du sagst Justin Bieber's Believer. Naja. Aber oben... Ja, aber Believer ist ja irgendwie so... Keine Ahnung. Irgend so ein... Ja. Glaub schon. Killhilfe ist mir egal. Ich will einfach nur die Bombe. Wir haben noch 21 Tickets. Oh, den muss ich wieder beleben. Den muss ich jetzt wieder beleben. Das gibt den Ticket zurück. Hier, nimm mir die... Ich hab den schon verworfen. Deswegen dauert es eine Weile, bis der neu kommt. Ich muss jetzt auf alles achten. Ah, scheiße. Da bin ich geflogen wie so ein Einrad. Keine Ahnung. Mit einer RGO-Impact auch noch. Warum hab ich die nicht drauf? Mach ich mal schnell. Denn die RGO-Impact, die explodiert beim Aufprall sofort. Die ist gut. Gerade hier in diesem Getümmel. So, von den 3000 Granaten... Ach, ich hab die ja! Ach, lol. Oh, okay. Ich verstehe kein Wortschatz, wenn du deinen Mund voll hast. Gerade ist schlecht, weil... Wir haben sowieso wenig Tickets und... Es könnte sein, dass wir es vielleicht noch schaffen. Deswegen, das ist jetzt gerade echt... Du kannst ja morgen auch spielen, wenn du möchtest. Elf Tickets. Das schaffen wir niemals, ey. Ne, Granate werfen ist ja unsinnig. Wie sie jetzt alle auch so taktisch vorgehen. Alle hinter den Trümmern. Nein, das wollte ich doch gar... Okay, explodiert, komm. Wo sind sie? Komm, wo ist einer? Ich will den Believer kennzeichnen. Komm. Da, der kennzeichnet. Du Arschkeks! Es reicht doch mal! Schwuck! Nein. Aber man kann die kennzeichnen. Wenn man die sieht und dann... Da ist einer. So macht. Dann geht das. Sogar mit... Mit... Ich wollte schon sagen, mit WeMotion. Ne, wie heißt denn das? Mit dieser Sprachkennung. Da ist einer. Ne, so jetzt nicht, aber... Oh, Mann, ey. Oh, Mann, die Runde war so schlecht. Aber immerhin habe ich ein Carabine Ribbon. Na, die Runde war doch für mich gar nicht so... Ging eigentlich. Oh, acht zusätzliche Punkte. Das hat's rausgerissen. Hallo. Irgendwann. So. Ich glaube, einmal geht noch, auch wenn es schon spät ist. Vielleicht eine kleine Runde Team Deathmatch. Mal gucken, ob das geht. Spät ja eigentlich auch keiner mehr, wirklich. Äh... Vernichtung wäre ein bisschen zu lang. Obwohl, Vernichtung hätte ich auch mal Lust. Da wir gerade Dragon's Teeth hatten, spielen wir mal Shiner Rising, weil das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und wie ich sagte, es spielt keiner mehr Team Deathmatch. Dann vielleicht Final Stand. Passt ja wegen Final. Auch nicht. Ne, keine Lust. Doch. Pass auf, nur zwei Mann Server. Das wäre es ja, ey. Oh, Hunger 21 ist so... Und dann noch auf die Deathmatch. Obwohl, Eroberung ist es schlimmer. Da ist die Map echt zum Kotzen. Ha. Hashtag Road to Battlefield 1. Ja, stand da unten gerade. Na, wie viele sind's? Na, nicht Battlelog. Zeige mir. Ja. Und tschüss. Ich glaub, wir sollten das normale Battlefield 4 spielen. Da spielen wir wenigstens noch ein paar Leute Team Deathmatch. Vielleicht spielen wir ja sogar auf Goldmuth-Bahn, der besten Map im normalen Battlefield. So, Team Deathmatch, Battlefield 4. Ja, war klar. Oder Operation spinnt. Oh, genau die schlechteste Map von allen, ey. Ihr wollt mich doch ver... Ah, ich würd's nicht. Morgendämmerer, ey. Oh. So ne... So ne richtige... Ne, das ist, äh... Belagerung von Shanghai. Die ist ja noch cool in Team Deathmatch. Aber Morgendämmerer ist so richtig AIDS, ey. Ich nehm jetzt mal die UMP. Komm damit. Meine Frau mal sieht, was ich mit der Kuda meine. Mit der Ähnlichkeit. Guck's dir an. Sieht doch genauso aus wie die Kuda. Ach, fick dich doch, ey. So macht man das heutzutage. Naja, das ist gar nicht die Zeit für wegen der Sensibilität. Die ist total langsam. Weil, äh... Ja, weil hier... Hier muss man echt genauer zählen als so ein COD. Und hier ist es auch nicht so schnell. Ich hab's bei dir immer hochgeschraubt und war dann mit 50. Im Bett fehlt du und richtig gut? Ja. Entschuldigung, ich weiß das echt nicht mehr. Dafür, dass ich das das erste Mal in meinem Leben gespielt habe. Ja, okay, gut. Das war's... Ja. Okay, gut. Ja. Ah, spielen wir mit dem Phantom. So als letzte Folge. Mal gucken, ob das so klappt. Ja, aber... Mach ihn! Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ich hab, glaub ich, die falschen Bolzen drin. Ja, ich hab den Bogen. Der liegt! Oh, und dann noch mit der Saar 21. What the... Ja, der Boden ist nass. Kann schon mal passieren, dass sich Steine mal so bewegen. Das ist... Vor allem so hoch. Real. Warte mal, wie viele Gegner sind die? Ach doch, das ist ne ordentliche Lobby eigentlich. Es wär jetzt nicht Battlefield-Standard, aber es ist gut. Ja, ich hab den Bogen auch extra ausgepackt, damit meine Frau mal sieht, dass es hier auch einen Bogen gibt. Den man am Anfang wirklich schwer bekommen hat. Eigentlich. Aber durch die eine Bonus-Map... Oh, schade. Die lädt einfach zu langsam nach. Aber durch die eine Bonus-Map, die wir auch noch gar nicht mal gespielt haben, weil ich die nicht mehr runtergeladen hab, weil's mir einfach zu viele Gigabyte sind, äh, gab's den gratis zu finden, sag ich jetzt mal. Und eigentlich... Also, ich sag jetzt mal nicht scheiße, weil ich hab diese Herausforderung davor nicht gemacht, weil die einfach unmöglich war. Dafür brauchte man vier Leute. Man musste auf allen vier feine Stand-Maps, musste man Codes suchen, auf der ganzen Map. Und die sind ja riesig. Dann musste man die Codes entschlüsseln irgendwie, dann in einen Fahrstuhl auf der einen Map gehen irgendwie und dann so Laser-Barrieren durchbrechen. Und dann hat man erst den Bogen irgendwie bekommen. Und davor musste man... Oh, ich dachte, er tötet mich. Hätte ich verdient. Er redet mit sich selber. Hier kommt das Medikid-Kumpel. Er ist sein eigener Freund. Ja, allgemein sind die halt von Regionen, russisch, amerikanisch. Das war grad die amerikanische, glaub ich. Ja, wir sind los. Ah. Nein, 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 nein. Oh! Oh, ich dachte, der... Wenigstens einen konnte ich wieder beleben. Was ist denn hier los, ey? Ich bin Arsch! Lass mich durch! Scheiße. Ach, Kacke. Ne, mit dem Bogen komm ich echt nicht so klar. Ich glaube, ich nehm mal... Oh, ich wurde reanimiert. Dankeschön! Danke, danke, mein Bester. Achso, hast du mir Medikid da gelassen? Oh, hat er sogar. Dann werde ich's auch weise benutzen, my friend. Ich bin nämlich sozial nett. So, ich glaub, das reicht. Okay. Dead physics. Okay. Alles gut. Mann! Komm schon! Mit einem... Ich hab schon welche mit dem Bogen gekillt. Und zwar ziemlich erfolgreich. Warum schaff ich's jetzt nicht? Das gibt's doch nicht. Ja! Ich hab die nur getroffen? Nicht mal gekillt? Wow. Okay, ne. Ich nehm ne andere Waffe. Ich hab auch die falschen Bolzen. Ich hab nicht die Breitkopfbolzen, sondern die normalen Standardbolzen. Ja, ist natürlich doof. Ich nehm mal die M4. Die hab ich auch schon... ewig nicht mehr gespielt. Ah, die klassische M4. Erinnert auch ein bisschen an Modern Warfare 2. Ey, komm! Der müsste... Ey, der müsste sowas von schon gegrillt sein eigentlich, ey. Der müsste durch und durch sein. Nein! Ey, okay, gut. Die zweite Runde ist nicht so geil. Die erste... Ja, die war noch gut. Auf Lumpini-Garten. Aber hier... Morgendämmerer... Es ist einfach nicht meine Map. Ich find die so... Behindert. Einfach. Warst du leer? Was findest du denn jetzt zu leer? Achso. Ich dachte, du meinst die Map. Boah, wo kommst du denn jetzt her? Oh, nee, ey, wirklich. Die Map ist echt mein Nemesis. Lasst mich... Keine Ahnung, was gibt's denn noch für Scheiß-Maps im ersten... Lasst mich hier Flutgebiet spielen. Die ist auch richtig kacke. Aber die ist besser als die hier. Die macht sogar irgendwann nochmal Spaß. Aber hier krieg ich einfach nix geschissen. Einfach gar nix. Ich hab wahrscheinlich null Kills. Oh, ich hab zwei Kills. Wann auch... Wann auch immer ich das getan habe. Ich weiß es nicht. Ich nehm mal ne andere Waffe. Die G36C. Die erinnert auch noch stark noch an die guten alten Zeiten. Damals, als ich noch ein Kind war. Ja. Nein, Quatsch. Okay, Hilfe immerhin. Ja, das war's. Na gut. 25 Minuten sollten auch reichen für Battlefield. Okay, gut. Es gab schon mal ne 50 Minuten Folge auch mit Rush. Aber... Die hab ich sogar damals noch zwei geteilt. Das weiß ich noch. Aber das hier... 25 Minuten, zwei Runden. Ja, das geht. Ganz schön wenig Punkte. 1174. Ist nicht wirklich viel. Nicht mal ein Ribbon bekommen. Zwei Kills. Das war schlecht. War nicht so cool, die letzte Folge. Aber, naja. Bald kommt ja sowieso Battlefield 1 irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, wann es kommt. Oktober irgendwie. Genauso wie Scarlet. Oh Gott. War's ein Monat. Na gut. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge... Ach, Quatsch. Gar nicht. Ich glaube, Battlefield 4 ist jetzt komplett zu Ende. Es sei denn, Battlefield 1 ist doch scheiße. Aber mal schauen. Ich würde einfach mal sagen... Geht's nicht? Achso. Ja, ich bin jetzt sowieso fertig. Bis zur nächsten Folge. Falls eine kommt. Falls nicht, dann... Ja, dann halt nicht. Tschüss. Hast du noch was zu sagen? Nein. Du hast ja zu sagen, dass die Internetkarte braucht. Also, tschüss. Ich hoffe das zäne.